Sechsjähriger wirft die Frau einfach mit einem Kondom ab und sie hält das auch noch so hoch. Es wird skurril. Wer ist da? Huhu! Und dann erst mal mit einem Kondom abgeworfen werden. Tut mir leid, tut mir leid. Diese Wasserbombe war eigentlich für Marvin gedacht. Für Marvin? Ähm, was hast du gesagt, Sintas? Wasserbomben. Die neuen Wasserbomben, man kennt sie. Und mit 20 denkt er dann immer noch, dass es Wasserbomben sind. Und kurz zur Aufklärung, Marvin ist der Freund von seiner großen Schwester Emma. Aber warum will der kleine Junge eigentlich den Freund von seiner großen Schwester mit Wasserbomben abwerfen? Weil er immer schreit in der Nacht und sie schließt immer die Türe ab. Hm, hm, hm. Warum schreit seine große Schwester wohl und schließt die Tür nachts ab, wenn der Freund da ist? Ein Sechsjähriger kann das noch nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Schreien ist oder zum Beispiel ein Lustgefühl. Ha, 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 ha. Lustgefühl also. Ich bekomme auch gleich Lustgefühle, wenn ihr nicht ein Abo hinterlasst.